Hallo, mein Name ist Asterix Erbse. Ich bin der Wirt der 43 Jahre alten Kneipe Erbse in Kiel. Ich bin unter anderem auch im Vorstand des Wirtschaftsverband Lautstack für die Wirtschaft. Viele von euch kennen mich schon, nicht nur als Wirt oder Künstler, sondern auch durch meine Videos und durch meinen Einsatz in dieser Pandemie. Ich habe mich fast genau vor zwei Jahren angefangen einzusetzen, nicht nur mir zu helfen, sondern auch anderen Unternehmern und habe mit einigen anderen, mit Nori Sturm aus Flensburg jeden Dienstag eine Demo vor dem Landtag veranstaltet. Aus dieser Demo sind Freundschaften entstanden. Wir haben teilweise mit drei, vier Leuten nur demonstriert, bei jedem Wetter, egal welche Minustemperaturen wir hatten, egal wie es geregnet hat. Wir haben das durchgezogen. Wir haben auch was erreicht. Wir sind auch ein bisschen stolz drauf, aber leider haben wir nicht das erreicht, was wir erreichen wollten. Aber wir geben nicht auf. Wir machen weiter. Zum Beispiel habe ich jetzt auch mit dem ersten Vorsitzenden der Flensburger Gilde und dem Augenoptiker aus Flensburg, Jens Drews, eine Online-Petition gestartet und die kann man natürlich auch ganz oldschool bei uns in den Läden unterschreiben, gegen die Rückzahlung der Hilfen in der Pandemie, die uns als nicht zurückzahlbar versprochen wurden. Könnt ihr ja mal bei change.org gucken und würden wir uns freuen, wenn ihr das unterschreiben würdet. Aber darum geht es mir heute nicht. Mich haben so viele Menschen angesprochen, warum ich das alles mache, ob das überhaupt was bringt. Die Politiker machen doch eh, was sie wollen. Ja, ich sehe das ähnlich, aber irgendjemand muss es machen. Denn ich möchte in diesem Video heute mal den Leuten eine Stimme geben, die sich nicht trauen, ihre Stimme zu erheben. Es fällt mir auch nicht leicht, darüber zu reden. Aber nach langem Überlegen, also wirklich, ich habe auch einige Monate schon überlegt, ob ich das überhaupt mache, ob die Leute überhaupt wollen, dass ich darüber rede, weil sie selbst können es nicht. Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich darüber rede. Ich werde keine Namen nennen, keine Firmen nennen gar nichts. Aber ich möchte, dass der normale Bürger, der nicht weiß, was die Politik oder unsere Politiker teilweise mit uns Unternehmer veranstalten, dem möchte ich jetzt mal aufzeigen oder erklären, was uns passiert ist. Es geht auch nicht darum, wer Schuld hat oder es geht auch nicht darum, ob es ein Virus gibt oder nicht. Natürlich gibt es den, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Es geht auch nicht um Impfpflicht oder, oder, oder. Oder es geht auch nicht um die Diskussion, welche Regeln Sinn machen, welche nicht. Die Diskussion haben wir alle seit zwei Jahren geführt. Die Leute müssen wach werden. Das ist jedem sein eigenes Problem. Aber, wie ich sagte, ich möchte den Leuten eine Stimme geben, die keine haben, weil sie entweder über das, was ihnen durch diese Pandemie geschehen ist, sich nicht trauen zu reden, weil sie auch Angst haben, wenn sie das öffentlich machen, dass man über sie redet und zwar schlecht über sie redet. Oder tatsächlich auch den Leuten eine Stimme geben, die nicht mehr sprechen können, weil sie aus lauter Verzweiflung, aus Existenznot sich einfach das Leben genommen haben und von dieser Welt gegangen sind. Ja, es haben sich Familienväter, Mütter, Unternehmer das Leben genommen, weil durch, durch diesen Virus, durch die Maßnahmen ihre Existenz aufgelöst wurde, ihnen das Arbeiten untersagt wurde oder weil einfach schlichtweg keine Kundschaft mehr gekommen ist. Versteht mich nicht falsch, es geht nicht darum, irgendjemandem die Schuld zu geben, darum geht es nicht. Es geht einfach darum, diesen Leuten Gehör zu verschaffen. Wir haben Hilfen bekommen, ja, das ist das, was in der Presse stand, aber wir haben 80% unserer Betriebskosten bekommen. Betriebskosten, nicht meine Krankenkasse, nicht mein Gehalt, nicht meine private Kfz-Steuer, nicht meine privaten Versicherungen, nicht meine privaten Ratenzahlungen, nein, nichts, nichts von all dem, was ich durch mein Geschäft erwirtschafte, um mein Leben zu finanzieren. Mein privates Leben hat die Regierung einfach rausgenommen. Nicht nur bei mir, bei jedem. So, dann haben wir Hilfen bekommen, 80% der Betriebskosten, also 80, nicht 100. Ich meine, ein Vermieter, eine Versicherung oder, oder, oder muss ja auch zu 100% bezahlt werden, was ja auch richtig ist, und nicht zu 80%. Das haben natürlich die meisten nicht mehr geschafft. Die meisten haben jetzt Schulden bei ihren Vermietern, bei ihren Versicherungen, Finanzamt und, und, und. Jetzt kommt aber was Interessantes dazu. Auf diese 80% mussten wir auch Steuern zahlen. Auf die Hilfen mussten wir Steuern zahlen. So, somit ist ja fast die Hälfte schon weg. 30%, 48%, je nachdem, wie man eingestuft ist, sind weg von 80%. Wie soll ich da irgendwelche Fixkosten bezahlen? Das Interessante ist, dass wir unsere Steuervorauszahlung, obwohl wir gar keine Einnahmen hatten, weil unsere Läden wurden ja von Amts wegen geschlossen, also, ich sage heute immer noch, wir hatten Berufsverbot, obwohl wir gar keine Einnahmen hatten, durften wir unsere Steuervorauszahlung ans Finanzamt weiter abführen. Wir durften auch fröhlich die GEMA weiter bezahlen, obwohl wir gar keine Musik gespielt haben. Wir durften auch unsere, was ja auch klar ist, auch wenn der Laden zu ist, muss ja der Laden versichert sein, mussten wir weiter bezahlen. Wir mussten IHK weiter bezahlen, wir mussten die Berufsgenossenschaften und, und, und. Musste einfach alles fröhlich weiter bezahlt werden. Von quasi der Hälfte von 80%. So. Das hat natürlich so gut wie kein Unternehmen wirklich geschafft, ohne Schulden zu machen. Einige wenige, die durch diese Pandemie profitiert haben, natürlich. Das ist ja auch okay. Irgendjemand muss ja profitieren. Aber daraufhin sind so viele Unternehmen jetzt schon pleite gegangen. Auch im ersten Lockdown haben so viele Unternehmen Insolvenz angemeldet, haben geschlossen. Da wird nicht drüber geredet. Es haben so viele Unternehmer sich aufgehängt oder irgendeinen anderen Suizid begangen. Da wird nicht drüber geredet. Ich kenne Unternehmer, mehrere, die haben zum Beispiel, die standen vor der Entscheidung, also große, nicht so kleine wie ich, die standen zum Beispiel vor der Entscheidung, verkaufe ich mein Haus, was ich mir in den letzten 10 Jahren zusammengespart und erbaut habe und rette meine Firma oder schließe ich meine Firma und verliere mein Haus trotzdem, weil ich es ja nicht mehr halten kann, wenn kein Geld reinkommt. Die Leute haben sich dazu entschieden, ihr Haus zu verkaufen, ihre Wohnungen zu kündigen und sind in ihre Büros gezogen, in ihre Autos gezogen und übernachten in Büros, in Kellern, in Autos. Und sie können nicht drüber reden. Sie können einfach nicht drüber reden, sie wollen auch nicht drüber reden, weil sie einfach Angst haben, auch von der Kundschaft als Versager hingestellt zu werden, als Nichtsnutz, als Schmarotzer, als unfähig. Das ist der Grund, warum ich heute dieses Video mache, weil diese Menschen eine Stimme brauchen. Ich traue mich, diese Dinge zu sagen, denn ich habe nichts zu verlieren. Circa vor zwei Jahren bin ich mit meinem Betrieb umgezogen. Hätte ich das einen Monat später, einen Monat später war der Lockdown, hätte ich das einen Monat vorher gewusst, also vor zwei Jahren, wäre ich nicht mehr umgezogen. Ich hätte meinen Betrieb geschlossen und hätte mir irgendeinen Job gesucht. Aber so bin ich nicht. Ich habe einen anderen Weg begangen, habe mich bis jetzt durch diese Pandemie geboxt, habe viele Freunde, viele Gäste, viele Kunden, viele tolle Menschen um mich herum, die mich tierisch unterstützen. Nur deswegen gibt es uns noch, nur deswegen. Nicht, weil ich so toll bin, nicht, weil ich so gut bin. Einfach nur, weil ich super Leute um mich herum habe, die mich maßlos unterstützen. Und dafür sage ich danke. Das hat aber leider nicht jeder. Jetzt hat die Politik zwei Jahre rumgeeiert, mit Maßnahmen, ob sinnvoll oder nicht, da wollen wir gar nicht drüber reden heute. Und nun kommt die Salam-Taktik. Der Einzelhandel, die Baumärkte waren die ganze Zeit geöffnet, die ganze Zeit. Da wurde auch nie, über die Baumärkte wurde auch nie gesprochen. Und Herr Daniel Günther hat die letzten Tage uns gerade in der Gastronomie wieder eine Lockerung gegeben. Unsere Sperrstunde um 23 Uhr fällt weg. Herr Günther, das bringt gar nichts. Das bringt nichts. Vor allen Dingen dieses immer hin und her. Immer hin und her. Und das Ganze seit zwei Jahren. Zwei Jahre wurde den Bürger Angst gemacht. Sie wurden verwirrt. Sie wurden mit Maßnahmen Änderungen so zugeschüttet, dass nicht einmal die lieben Mitarbeiter des Ordnungsamtes bei einem Anruf klar antworten können. Die müssen alles gegenlesen und alles hinterfragen, um uns eine seriöse Antwort geben zu können. Das darf so nicht sein. Ich möchte alle Gäste, alle Kunden, egal ob vom Baumarkt, vom Supermarkt, von Kneipen, von Restaurants, bitten. Kauft bitte nicht. Im Internet, auch wenn es da günstiger ist. Denn die Firmen im Internet, das sind keine Firmen, die in Deutschland ansässig sind. Ich habe vor der Pandemie schon Gespräche geführt. Alle möchten immer möglichst viel Geld verdienen, am Monatsende in der Tasche haben, möchten aber möglichst wenig für ihre Produkte ausgeben. Liebe Leute, das funktioniert so nicht. Wenn ich kein Geld ausgebe, können die Mitarbeiter, die dort arbeiten, auch kein Geld verdienen. Und schon kein gutes Geld. Ich bitte euch, unterstützt eure Stammgeschäfte, egal welche Art Geschäfte das ist, egal ob das der Optiker ist, egal ob das das Tattoo-Studio ist, egal ob das eure Fußpflege ist, egal euer Friseur, egal was, eure Kneipe, euer Restaurant. Bitte unterstützt sie und fangt bitte an, möglichst normal wieder zu leben. Ich weiß, dass viele Angst haben. Die Angst ist auch berechtigt, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber auch wenn dieser Art Virus, wenn es den nicht gab, aber wir haben schon immer Viren gehabt, wir haben schon immer auch neue Krankheiten, neue Epidemien, was weiß ich gehabt. Aber unsere Politik hat die Wirtschaft wegen so etwas noch nie so zerstört. Ich appelliere an euch, bitte unterstützt jeden, der sich für so etwas einsetzt. Dankeschön.